Ja, noch vielleicht ein hilfreiches Werkzeug im Viva Designer, und zwar unter Bearbeiten Stilvorlagen können wir uns entsprechende Stilvorlagen bereitstellen. Also wenn ich jetzt hier zum Beispiel eine Teilüberschrift habe, dann müsste ich jedes Mal hergehen und sagen, okay, das Ding soll Schriftgröße 18 haben, es soll fett sein, und damit ich nicht jedes Mal diesen Vorgang habe, kann ich mir das zurechtlegen, indem ich also hergehe. Jetzt mache ich das nochmal zurück, mal schauen, STRG Z, geht das? Ich gehe unter Bearbeiten, Stilvorlagen, da ist schon eine drin, sage ich mal Löschen, Neu, dann sage ich Eigene, Stil kann ich umbenennen in Teilüberschriften. So, das ist schon für Zeichen vorbereitet, und hier kann ich jetzt zur Schrift gehen und kann sagen, also Arial, das lassen wir mal, Bold und Schriftgröße, die machen wir etwas größer, Schriftgröße 18, und sagen, okay. Jetzt muss ich nur schauen, dass die Stilvorlagen eingeblendet sind, das mache ich natürlich im Fenster Stilvorlagen, hier kann ich sie ausblenden, einblenden, hier unten ist er dann, haben wir die Teilüberschriften, das heißt, wenn ich also diesen Text hier markiere, klicke hier auf Teilüberschriften, dann habe ich dieses Wort, dieses Format zugewiesen, ich kann es aber auch anders machen, ich kann hier mitten im Dokument natürlich auch Wörter auswählen, dann klicke ich da drauf und habe das gleiche Format hier übertragen. Das gleiche, machen wir das nochmal rückgängig, das gleiche kann ich auch mit Bildern machen, also wenn ich jetzt hier ein entsprechendes Bild habe, und das mal nochmal angepasst, so, und ich möchte diesem Bild ein entsprechendes Format zuweisen, wie jetzt zum Beispiel den Textfluss, dann kann ich sagen, wir arbeiten Stilvorlagen, ich sage hier mal neu, dann das Ganze soll nicht für Zeichen, sondern für, ich mache mal Grafik, und das Ganze nenne ich dann Schattierung, so, und dann kann ich zum Beispiel sagen, Schlagschatten, also das Format soll einen Schlagschatten haben, und umfließen, beide Seiten, eine Kontur möchte ich nicht, so, und dann sage ich OK. So, und wenn ich jetzt das Bild auswähle und hier dann auf Schattierung klicke, dann hat dieses Bild praktisch hier so einen Schlagschatten, und der Textfluss ist hier auch wieder gegeben, wobei den haben wir, glaube ich, vorher schon die Formatierung zugewiesen, Textfluss, also hier kann ich das dann in einem Aufwasch machen, indem ich das Bild anklicke und hier dann eben bei den Stilvorlagen hier die Schattierung auswähle, und das Praktische ist, wenn ich Text auswähle, dann kommen die Stilvorlagen für den Text, und wenn ich ein Bild entsprechend auswähle, dann habe ich hier die Stilvorlage Schattierung. So kann ich hier entsprechend herausfiltern und schnelle Formate eben zuweisen.